Hallo und herzlich willkommen zu Espresse Lender. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich habe jetzt leider keine Facecam, aber ich werde wohl noch eine kaufen müssen. Das ist jetzt mal nichts egal. Wir spielen Slender 8 Pages. Ja, ja. Die Beta 0.97 ist das, glaube ich. Ja, okay, dann spielen wir jetzt mal. Da ist schon ein Baum. Ich hoffe, dass... Da ist ein Zettel. Mach mal Taschenlampe aus und Sprinte. Hier hin. Ja, steht da drauf. Help me. Oh, die Musik ist schon... Ach, egal. Ich würde es gar nicht spielen. Ich glaube, ich spreche gleich ab. Soll ich nach hinten schauen? Soll ich? Hallo? Boah. Das war knapp. Okay. Hier geht's. Das schon. Der LKW. Äh, her. Ich hoffe, dass hier auch noch ein Zettel. Ist. Doch, da ist doch ein Zettel, ne? Ja, ja. Das ist ein Zettel. Follow. Oh, oh. Wo soll ich hingehen? Ah, ich will ab. Ich will ab. Ich will nicht mehr. Ah, egal. Komm, ziehen wir jetzt durch, Mann. Danke, Boss. Oh, du Arsch, ey. Scheiße. Das wird immer größer Krieger. Ähm. Ich glaube, dass wir den dritten Zettel nicht mehr finden. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Du Arsch. Alter. Geh weg von mir. Du blöde Slenderman. Du blöde Mann ohne Gesicht, Mann. Ey. Ich geh mal wieder zurück. Ich geh mal hier entlang. Alter. Ich will das gar nicht mehr suchen. Am liebsten würde ich jetzt hier abbrechen. Aber ich tue es. Ich muss es aufnehmen. Da ich es. Oh, nein. Alter. Hier drin ist es sicher. Da bin ich mir sicher. Ich werde das Spiel nie mehr starten. Ob heute. Geh mal nach rechts. Alter. Ich werde jetzt nie mehr nach hinten schauen. Das Spiel ist so flüssig. Hallo. Boah. Oh, oh. Oh, das war knapp. Wie viele Tests haben wir jetzt? Zwei, ne? Ja, zwei. Alter. Ich geh jetzt mal hier hin. Oh. 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 Das ist so flüssig. Jetzt geh ich mal zurück. Und zwar. Ich würde doch was. Nein, egal. Gehen wir jetzt mal. Oh. 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 Geh jetzt mal. Hier, ey. Alter, die Dichteffekte. noch ein Stuhl oh, die Taschlampe geht bald aus, ne? Schade da ist ein Zettel Don't look or it's take you werden wir nicht machen oh, jetzt schnell raus und jetzt habe ich irgendwie Framerates anbrechen ich warte mal, bis die Framerate wieder hoch geht alter was ist denn mit meinem Framerate los ich bin so nicht 13, 15, 14 ich glaube die Framerate hat Angst vor und Slendermill jetzt habe ich noch nicht 12, 13 nein, egal wir können auch so zocken, ne? ja, jetzt hängt das Spiel und ich glaube, okay, jetzt geht's, jetzt steigt's ja, jetzt sinkt es wieder jetzt habe ich 17, 5 8 18 ähm hallo ich hatte gerade vorhin ein Frames ich glaube die Framerate Angst vor dem Slendermill ich kann so nicht mehr weiterspielen es hängt ach du scheiße auch wenn es Angst hat die Framerate ist mir scheißegal was die Framerate sagt alter Heizmacht ach du scheiße wow du schmein du ah danke Framerate du hast mich gerettet ach 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 hi wie geht's ja, drei haben wir geschafft das zockt nicht mehr na sag ich mal tschüss und viele Nacht fest zu sehen ich hoffe, dass ihr beim nächsten Let's Play wieder einschaltet und ja bye